Ja, sehr herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem Vortrag heute Abend. Und Sie haben ja schon die Steilvorlage gegeben. Der Neandertaler ist seit 150 Jahren, mehr als 150 Jahren im Fokus des Interesses der Öffentlichkeit. Und dies gilt auch für das Jahr 2022. Ich möchte mit Ihnen eine kleine Tour d'Horizon vornehmen. Was können wir zum Neandertaler und seinen, sagen wir mal, klimatischen Bedingungen und seiner Fähigkeit aus Niedersachsen zu diesem großen Thema beitragen? Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Bild, was ich zum Auftakt gewählt habe, auf eine Sammlung in Hannover, nämlich von Herrn Amme, zurückgeht, dem ich ganz herzlich für die Möglichkeit danke, diese Aufnahme aufzunehmen. Sie ist, wie Sie gleich sehen werden, natürlich Teil dieses Vortrages. Aber zunächst in der Tat zu dem Thema, was Sie alle vielleicht in den letzten Monaten hier und dort unweigerlich beschäftigt hat. In der Tat sieht es so aus, als habe das Gen des Neandertalers, was wir in uns tragen, noch einen Einfluss auf das, inwieweit wir von Covid-19 betroffen werden. Und es ist doch ein bisschen verblüffend, dass im Ärzteblatt einerseits 2021 erschien, das Neandertalagin führt zu milderem Verlauf. Ein Jahr später war es dann umgekehrt. Da war es eher der schwere Covid-19-Verlauf. Da lohnt doch mal ein Blick auf die Internetseiten des Markblank-Instituts, wo nämlich schon 2021 deutlich gemacht wurde, dass je nachdem es sowohl als auch eben gilt, man kann eben vieles aus den Ergebnissen lesen. Aber es zeigt doch sehr deutlich, dass in der Tat die Forschungen auch zum Neandertaler ohne weiteres auch Relevanz für den heutigen Mensch haben können. Es ist also nicht nur die Neugier, die uns in die Vergangenheit, in die weit zurückliegende Vergangenheit treibt, sondern auch neue Möglichkeiten aus der Vergangenheit, Rückschlüsse für das Hier und Heute zu gewinnen. Aber versuchen wir noch einmal, die Ergebnisse der paläogenetischen Forschung zum Neandertaler zu rekapitulieren. Es ist jetzt 25 Jahre her, dass im Jahre 1997 die Arbeitsgruppe von Svante Päbo zum ersten Mal Ergebnisse zu den Genen des Neandertalers vorlegten, und zwar von keinem geringeren als dem Neandertaler selbst. Sie sehen auf dem Titel der Zeitschrift Cell die Schädelkalotte, die berühmte, die 1856 im Neandertal entdeckt wurde. Diese hat ein Alter von mindestens 40.000 Jahren. Im Folgenden wird die Abkürzung Ka, das kennen Sie ja, Kilogramm, Kiloanno, also das sind jeweils 1000 Jahre, also über 40.000 Jahre alt. Und die Ergebnisse der damaligen Studie vor 25 Jahren lauteten etwa, wir haben eine große evolutionäre Distanz zwischen modernen Menschen und Neandertaler von bis zu 700.000 Jahren. Zweitens, der Neandertaler hat eben nicht zum Genpool des heutigen Menschen beigetragen und der moderne Mensch ist nach Europa eingewandert. Das war damals quasi das erste Mal, dass man überhaupt mitochondriale DNA, die ja nur einen Teil des gesamten Genpools darstellt, zu diesen Schlussfolgerungen gekommen sind. Das war ein Meilenstein, der allerdings, wie spätere Studienzeiten, doch noch ein wenig vielleicht zu den nicht ganz vollständigen Ergebnissen geführt hat. Denn 2010, 13 Jahre später, wiederum aus der Arbeitsgruppe von Svante Pebo hervorgegangen, wurde dann eine neue Studie vorgestellt. Nun waren es schon drei Neandertaler-Reste, links im Bild, und zwar von El Sitron in Spanien, von der Windier-Höhle und der Metzmaskaya-Höhle. Diese drei Neandertaler-Reste wurden untersucht. Und siehe da, es zeigte sich nun, wir zeigen, dass Neandertaler mehr genetische Varianten mit heutigen Menschen in Eurasien teilen, als mit heutigen Menschen in Sub-Sahara-Afrika. Dies bedeutet, dass Genfluss von Neandertalern zu den Vorfahren der Nicht-Afrikaner stattfand, und zwar bevor die eurasischen Gruppen sich weiter aufgeteilt haben. Dies sprach erstmals dafür, dass in unseren heutigen Genen, zumindest soweit wir Eurasier sind, sich auch Neandertaler-Gene finden. Es wurde also erstmals sehr deutlich diese Unterschiede herausgestellt zwischen den subsaharischen Afrikanern und den Eurasiern. Und das war also der erste Hinweis, dass es wohl doch zu einer gewissen Vermischung gekommen ist. Wie so immer, je mehr Ergebnisse man produziert, umso komplizierter wird die Geschichte, aber auch umso spannender. 2016 hat dann wiederum aus der Arbeitsgruppe von Zwante Pebo, nun zusammen mit David Reich aus den Staaten Boston, hat man hier Ergebnisse zu einem frühen, modernen Menschen vorgelegt. Denn bereits 2003 hatte man in einer rumänischen Höhle, der Oasehöhle, diesen unter anderem, diesen Unterkiefer gefunden, den Sie hier groß im Bild sehen, und den konnte man sogar direkt datieren mit der Radiokarbon-Methode. Und er zeigte, dass er mindestens etwa 40.000 Jahre alt ist, also fast so alt wie die späten Neandertaler. Und siehe da, nun in diesem frühesten modernen Menschen konnte man feststellen, der hatte einen Anteil von fast 10% Neandertaler-Genen. Jeder Punkt repräsentiert ein frühes Individuum des modernen Menschen. Und Sie sehen, wir sind hier bei 0, da, dann geht es in die Vergangenheit, und hier sind wir bei 40, und da ist Oase 1. Während alle, im Übrigen, sich hier unten befinden und geringere Anteile an Neandertaler-Genen haben, hatte dieses Individuum einen erheblich höheren Anteil. Während Sie bei 2%, bei uns ja hier im Raum, niemand auf die Idee käme zu sagen, mein Uropa war ein Neandertaler, das ist ein bisschen länger her, war bei diesem Individuum es in der Tat so, dass die Schlussfolgerung nahelag, hier muss wenige Generationen zuvor ein Neandertaler an der Zeugung beteiligt gewesen sein. Und das war der erste konkrete Beleg für eine Vermischung von Neandertaler und anatomisch modernen Menschen, nicht irgendwo auf dieser Welt, sondern konkret in Europa. 2016 und dann, wenn Sie so wollen, ging es in den letzten Jahren weiter Schlag auf Schlag. Dies eine Karte aus diesem Jahr, aus einem Aufsatz von Slimac et al., Nature, Science, Sie wissen, diese großen Zeitschriften, ganz spannend hier mal zusammengestellt auf einer Karte von Europa, die relevanten Menschenreste, die wir inzwischen so aus der Zeit zwischen, ich sag mal, 55.000 und 40.000 Jahren haben. Und bitte achten Sie darauf, nach rechts gewandt, das sind Neandertaler. Und Sie sehen, alles, alles Neandertaler. Und dann haben wir aber nach links gewandt, haben wir frühe, moderne Menschen, wir. Diese, die hier abgebildet sind, sind so mit einem Alter von 40.000 bis 45.000 Jahren, gehören Sie zu den frühesten Vertretern. Und siehe da, dort ist der Vertreter Oase 1, den wir uns als Unterkiefer auf dem Bild gerade angeschaut haben. Die Kollegen aus Leipzig vom Max-Planck-Institut, die Arbeitsgruppe von Jean-Jacques Blanc, hat aber dann an der Höhle von Batschokiro nachgegraben. Und gerade 2021 ist ein neuer Aufsatz erschienen, der drei Individuen, denken Sie nicht, das ist ein vollständiges Skelette, die passen wahrscheinlich zusammen auf meine Handfläche, und aus diesen Resten früher moderner Menschen konnte man nachweisen, dass die Neandertaler-Gene in einem Umfang von 3,8 bis etwa 3,0 Prozent aufweisen. Ein großer Anteil, aber nicht so groß wie in dem Individuum von Oase 1, wo wir ja bei fast 10 Prozent lagen. Damit wird immer deutlicher, dass die Vermischung zwar stattgefunden hat, aber nicht unbedingt in Europa, denn bei 3,8 Prozent ist es eben nicht so, dass Uropa ein Neandertaler war, sondern das deutlich früher und da zum Beispiel hier in diesem Raum stattgefunden hat, nämlich schon im vorderen Orient, und diese Menschen nach Europa gekommen sind, schon mit den Neandertaler-Genen in sich. Aber damit nicht genug. Dann schlug es praktisch wie eine kleine Bombe in der Forschungsgemeinschaft ein, sondern als nämlich hier mit einem Aufsatz in diesem Jahr plötzlich davon die Rede war, bisher hatten wir immer gedacht, der moderne Mensch tritt frühestens so vor 40, ja, hier sehen Sie das, oder maximal 45, 46.000 Jahre auf und plötzlich wurde postuliert, dass in Südfrankreich, in der Grotte Mandrin, hier da im Rohnetal, dass dort schon vor über 50.000 Jahren moderne Menschen sich sozusagen etabliert hatten. Das ist momentan, wenn Sie so wollen, die große Forschungsfrage, ob der moderne Mensch vielleicht schon etwa 10.000 Jahre früher in Europa war, als wir uns das bislang vorgestellt haben. Nur um Ihnen einmal einen kleinen Einblick in die heißen Diskussionen um solche Fragen zu geben, will ich da ein klein wenig noch mehr ins Detail gehen. Schauen Sie, dies ist aus dem Aufsatz Die Grotte Mandrin-Höhle erkennen wir alle. Eine schöne Stratigraphie. Hier wird gerade eine Schicht freigelegt. Und das sind die Schichten G, F, E, D, C. Das Besondere in dieser Höhle ist die Stratigraphie. Die Schichten liegen wunderbar übereinander. Und hier, zum ersten Mal in Europa, wenn Sie so wollen, ist es gelungen, Schicht G hat ein paar Zähne des Neandertalers geliefert. So auch Schicht F. Und nur in Schicht E gibt es erstmals quasi in einer Schicht, die über Schichten liegt, in denen Neandertalerreste auftreten, gibt es, wie Sie sehen, einen Zahn, der wird dem anatomisch modernen Menschen zugeschrieben. Und die Schichten darüber, D und C, haben wiederum Neandertalerreste. Das bedeutet, dass eigentlich erstmals, hier in der Gottmann-Rang, in einer Abfolge, wo eigentlich der Neandertaler noch anwesend war, plötzlich in einer Schicht der anatomisch moderne Mensch sozusagen erstmals und auch nicht dauerhaft auftritt, denn später in den überliegenden Schichten sind es ja wieder Neandertaler. Die ganze Geschichte hängt im Wesentlichen an diesem Zahn. Und ich bin kein Spezialist für Zähne. Ich muss glauben, und dann sind namhafte Paläoantropologen beteiligt, die mir sagen, das muss der Zahn eines anatomisch modernen Menschen sein. Und insofern können Sie sich vielleicht vorstellen, dass die Diskussion um diesen einen Zahn, und das ist nicht der einzige Fall, wo es um einzelne Zähne geht, in ihrer Zuweisung und Bestimmung, da geht es um Höckerchen, da geht es um Maße, und so arbeitet die Forschung heute, dass man selbst an einem Zahn Neandertaler und moderne Menschen unterscheiden kann. Ich persönlich schwanke noch, ob ich die 54.000 Jahre erst vor 54.000 Jahren die erste Einwanderung des anatomisch modernen Menschen überzeugen finde, oder ob da vielleicht die Geschichte noch nicht ganz zu Ende geschrieben ist. Ich denke, dazu wird noch eine weitere Diskussion stattfinden. Das Ganze eben datiert auf etwa 57.000 bis 52.000 Jahre vor heute, BP, before present, und damit wäre es in der Tat der erste anatomisch moderne Mensch, der nach Europa gekommen ist. Es ist vielleicht kein Zufall, dass das in Südfrankreich, also an den Mittelmeerküsten, nahe der Mittelmeerküsten ist. Also vorstellbar ist das schon. Was allerdings verwundert ist, dass wir nirgendwo sonst Hinweise auf eine so frühe Anwesenheit des Neandertalers haben. Ja, ich habe es geahnt, Ihre Lizenz läuft bald ab. Hoffen wir, dass das nicht gerade in der nächsten halben Stunde ist. Fassen wir zusammen. Was wissen wir heute zu dem Neandertaler und seinen Gehen? 1997 waren wir uns noch sicher, es gibt eine große Diskrepanz zwischen modernen Menschen und Neandertaler. 2010, die ersten Hinweise auf Vermischung, 2016, durch die Bestimmung von Kern-DNA aus einem Neandertaler Knochen, beziehungsweise in diesem Fall aus einem modernen Menschenknochen, einem sehr frühen, können wir zeigen, dass letztendlich ein Ur-Oper von Oase 1 war tatsächlich ein Neandertaler, ein erster klarer Beleg für Vermischung in Europa zwischen frühen modernen Menschen und dem Neandertaler. 2021 zeigt dann die Untersuchung, dass Neandertaler zu dem Genpool der frühesten modernen Menschen beigetragen hat, aber eher so in einer Größenordnung von 3, 3,5, maximal 3,8 Prozent üblicherweise. Das heißt nicht unbedingt eine Vermischung in Europa. Und nun die Einwanderung des modernen Menschen, vielleicht schon vor 55.000 Jahren, aber dann gab es eine neue Welle vor etwa 45.000 Jahren und dann nochmal eine neue Welle vor etwa 40.000 Jahren. Und das ist vielleicht das Neue, dass wir es mit verschiedenen Einwanderungswellen wohl zu tun haben und wir uns nicht vorstellen müssen, dass von damals an bis heute eine durchgehende Population vorhanden war. Ja, und heute haben wir noch etwa zwei bis drei Prozent des menschlichen Genpools, den wir mit sozusagen den unseren übrigen Vorfahren teilen. Zwei Prozent stammen vom Neandertaler. Wir haben ihn also alle ein Stück in uns. Und natürlich geht an dieser Stelle auch aus Hannover der herzliche Glückwunsch an Professor Dr. Svantepebo vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Das ist eine große Freude für alle, die sich mit dem Neandertaler beschäftigen. Nun, jetzt wird es Zeit für Niedersachsen. Wie sieht es denn da aus? Ich muss Ihnen sagen, wir sind reich beschenkt von der Überlieferung, allerdings nicht, wenn es um die Menschenreste des Neandertalers geht. Und deswegen beschäftigen wir uns dann auch mit Funden, die ein bisschen unscheinbarer sind. Hier ist ein originaler Fund. Und hier, und weil er so klein ist, hat man ihn ein bisschen ergänzt, in diesem Fall in den Schädel eines Homo erectus. Alfred Schanetzki von der Universität Tübingen ist vor über 20 Jahren hier nach Niedersachsen gekommen und hat so manchen Fund aus einer Kiesgrube als Schädelrest von Frühmenschen und Neandertalern bestimmt. Mein Kollege Utz Böhner hatte früh dieses Thema erkannt und sich intensiv darum gekümmert. Unter anderem wurde auch ein Fund aus Saarstedt, also gar nicht weit von Hannover, aus einer Kiesgrube, in einem angesehenen Fachjournal 2001 publiziert. Es war also ganz klar, hier haben wir den einen oder anderen Schädelrest, den wir dem frühen Menschen beziehungsweise dem Neandertaler zuschreiben können. Als ich vor neun Jahren nach Niedersachsen kam, hatte ich die Idee, das würde ich mir gerne alles mal anschauen, denn Menschenreste interessierten mich und ich erinnere mich an den Besuch eines Sammlers, wo ich ihn fragte, kann ich denn mal diesen bedeutenden Urmenschenrest sehen? Dann sagte er, nein, nein, der liegt im Tresor und der ist ganz wertvoll. Daraufhin wurde ich dann doch etwas skeptisch und habe zunächst einmal den Kollegen Jean-Jacques Hublin, einen Spezialisten für den Neandertaler, habe ich gefragt, ob er sich diese Funde einmal in einer Auswahl ansehen würde und 2014 haben wir eine Diskussionsrunde organisiert und in dieser Diskussionsrunde haben wir dann gemeinsam all diese Funde angeschaut. Ich kann dazu noch keine abschließende Bewertung vornehmen, denn inzwischen haben wir die Universität Tübingen, von der Herr Czanecki ursprünglich stammte, gewinnen können für eine Neubewertung dieser Funde und Frau Prof. Havadi zusammen mit Frau Röding, ihrer Qualifikantin, werden also in naher Zukunft die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorlegen und dann werden wir endgültig wissen, ob unter diesen Funden auch Neandertaler Reste sind. Ich erinnere mich aber an den Satz von Prof. Hübbelin 2014, der einen diesen da Knochen nahm und gegen das Fenster hielt und dann sagte er mir, Thomas, ich habe noch nie einen Neandertaler Schädelrest gesehen, durch den die Sonne durchscheint. Dies soweit zum Forschungsstand, zu den frühesten Menschenresten Niedersachsen, eine offene Frage, die wir bald der Lösung näher bringen wollen. Aber es gibt ja einen Fundplatz, wo wir auf jeden Fall Neandertaler Reste haben, das ist der bekannte Fundplatz von Salzgitter-Lebenstedt. Salzgitter-Lebenstedt ist einer der bedeutenden Fundplätze und die Karte von meinem Kollegen Dirk Leder zeigt Ihnen, dass wir so manches zum Neandertaler und dem frühen Menschen in Niedersachsen an höchst bedeutenden Funden bieten können. Wir steigen ein mit diesem Fund von Salzgitter-Lebenstedt. Weitere Funde von Neandertalern sind so dann natürlich von der namensgebenden Fundstelle bekannt, sowie seit einigen Jahren, etwa zehn Jahren, auch aus der Nordsee. Denn bei Baggerarbeiten wurde ein Schädelfragment hier vor der niederländischen Küste quasi ausgebaggert, entdeckt und publiziert. Und somit wissen wir natürlich, dass Neandertaler hier in diesem breiten Zuhause waren und selbstverständlich die bekannte Fundstelle Weimar-Ehringsdorf sollte hier nicht vergessen werden. Ja, meine Damen und Herren, nachdem wir nun geklärt haben, inwieweit wir hier in Niedersachsen mit Überresten des Neandertalers selbst rechnen dürfen, kommen wir zu der alten Frage, die doch immer noch so manche kontroverse Diskussion auslöst. Im Bild eine Rekonstruktion aus den 20er Jahren der Neandertaler, der damals sozusagen als der große Versager der Vorgeschichte dastand. Sie sehen, er konnte kaum stehen und man hatte den Eindruck, er war sozusagen völlig minderbemittelt. Dem steht gegenüber, dass moderne Rekonstruktionen wie hier aus Bonn einen selbstbewussten, starken Neandertaler zeigen, der mehr oder weniger so modern wirkt und nur ein bisschen kräftige Überaugenbögen aufweist und die Nase ein bisschen groß geraten und einen mächtigen Oberkörper. Ja, die Unterschiede zwischen modernem Menschen und Neandertaler sind lange bekannt. Etwas gedrungener, etwas kräftiger, diese größeren Nasenhöhlen und schließlich natürlich besonders typisch diese Überaugenwülste und der leicht längliche brotleibförmige Schädel. Aber was bedeuten diese anderen anatomischen Elemente, Merkmale? Was bedeuten die für die Intelligenz des Neandertalers? War er also anpassungsfähig und kreativ und damit dem modernen Menschen ebenbürtig oder war auf Deutsch gedacht dümmer? Dieser Frage widmen wir uns in unseren Forschungen immer wieder und nähern uns diesem Problem in unterschiedlichen Facetten. Zunächst die Frage, inwieweit war der Neandertaler anpassungsfähig? Und da fällt auf, noch in der Zeit vor dem Neandertaler, der Homo heidelbergensis mit dem berühmten Unterkiefer aus Mauern, stammt aus warmzeitlichen Ablagerungen. Unsere ältesten Überreste aus Niedersachsen stammen ebenfalls aus einer Warmzeit vor etwa 300.000 Jahren. Immer wenn hier diese Kurve nach rechts ausschlägt, haben wir es mit einer milderen Phase zu tun. Wenn es nach links ausschlägt, haben wir es mit einer kalten Phase zu tun. Und über die letzten 600.000 Jahre sehen wir, dass wir so etwa alle 200.000 Jahre eine solche Interglazial, also eine Warmzeit, hatten. Und Schöningen gehört in die drittletzte Warmzeit und damit wiederum ein Nachweis für warmzeitliche Besiedlung. Die berühmte Holzlands von Lehringen gehört ebenfalls in eine Warmzeit vor etwa 120.000 Jahren, also ein dritter bedeutender Fund, der aus warmzeitlichem Kontext stammte. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, so weit nördlich konnte der Neandertaler auch kalt, war in der Lage auch in kalten Habitaten zu überleben und damit sind wir mittendrin noch einmal bei der Fundstelle Salzgitter Lebenstedt. Salzgitter Lebenstedt wurde 1952 von Alfred Tode unter seiner Leitung untersucht, zunächst dort 150 Quadratmeter ausgegraben und Sie sehen, mit welcher Begeisterung die Bevölkerung an diesen Untersuchungen Teilnahmen teilnahm. Dies zu Recht, denn in einer Tiefe von über vier Metern hatte man hier unten eine Fundschicht freigelegt, die unter anderem, Sie sehen es hier, große Rehengeweihreste lieferte und das ist bis heute einer der spannendsten Fundplätze aus der Zeit des Neandertalers, denn er lieferte nicht nur wunderbare Keilmesser, sondern er lieferte auch Rentierreste, Mammutrippen und Ähnliches und hier habe ich Ihnen einmal zusammengestellt nach den Arbeiten von Sabine Gautschinski Windhäuser und Will Robrox aus 1997 und von Ulrich Stäsche 2017, den Sie vielleicht kennen, die Fauna. Danach sehen Sie sehr klar, hier sind Kilogramm angegeben und kein Wunder, Mammutknochen ist nun mal ein bisschen schwerer als so ein Hasenknochen, insofern kein Wunder, dass die Mammutknochen gewichtsmäßig überwiegen, aber neben Mammut haben wir auch Nashorn, Pferd, Bison, wir haben das Rentier und das Rentier ist mit mindestens 58 Individuen vertreten und dieses Ergebnis ist nicht zuletzt der Grund, warum eben 1997 die Kollegen ganz klar herausgearbeitet haben, dass schon der Neandertaler ganz gezielt bestimmte Tierarten bejagt hat und eben nicht sozusagen einfach mal morgens aufgebrochen ist und gedacht, mal gucken, was ich heute finde, er wusste, was er findet und er hat ganz bewusst Tierarten wie das Rentier bejagt. Auch in dieser Hinsicht schon damals wurde postuliert, kein Unterschied zum frühen modernen Menschen. Die Unterschiede schmelzen wie ein Eisberg. Zugleich sehen wir, dass offensichtlich Salzgitter-Lebenstätte in eine ausgeprägte Kaltphase gehört. Hinzu kommt, dass Salzgitter-Lebenstätte unter anderem auch mehrere solche bearbeiteten Knochengeräte aus Mammutrippen geliefert hatten. Also mit Salzgitter-Lebenstätte wurde ein weiterer Meilenstein erzielt, nämlich, dass Neandertaler auch Geräte aus Knochen und Geweih herstellen konnten und dies auch regelmäßig taten. Heute wissen wir das schon in Schöningen vor 300.000 Jahren Knochen zum Werkstoff gehörte, den man regelmäßig nutzte. Da hat sich einfach nicht zuletzt durch Salzgitter-Lebenstätte die Perspektive deutlich gewandelt. Wo gehört dieser bedeutende Fundplatz mit der schönen Levaloir-Technik? Hier oben klassische Levaloir-Abschläge und Levaloir-Spitzen. Wo gehört er nun zeitlich genau hinein, dass er eine kalte Fauna hat und dass die Umwelt sicherlich eher eine tundrenartige war, das können wir aus der Fauna schließen. Aber wo gehört er genau rein? Zu meinen Tagen, als ich meine Vorlesung gehört habe bei Herrn Professor Bosinski, war für ihn absolut klar, Salzgitter-Lebenstätte gehörte in die vorletzte Kaltzeit. Heute wissen wir, nicht zuletzt durch die Arbeiten von Andreas Pastors, dass die alten Überlegungen von Alfred Tode völlig richtig sind, dass nämlich Salzgitter-Lebenstätte offensichtlich in die letzte Eiszeit gehört. Wir nennen das die Zeit der Keilmessergruben und Radiokarbon-Daten sagten über 50.000 Jahre alt. Aber wo gehört es genau hinein? In die Spätphase des Neandertalers oder 20.000 Jahre älter? Das sind Fragen, die wir bislang nicht beantworten können. Deswegen haben wir uns als Arbeitsgruppe vorgenommen, diesen Forschungsstand zu verbessern. Und ich darf Ihnen ein erstes Beispiel für Ergebnisse neuer Forschungen vorstellen, die meine Kollegen aus vom Max-Planck-Institut in Leipzig, die inzwischen in Tübingen und Erlangen sind, an einem Fundplatz, der Lichtenberg heißt und im Wendland liegt. Wenige Bilder dazu. Lichtenberg nahe Lüchow wurde bereits in den späten 1980er Jahren von den Ihnen wahrscheinlich gut bekannten Dr. Stefan Pfeil untersucht. Ein herausragender Fundplatz, weil er nicht zuletzt, nach meinem Dafürhalten, mit die schönsten sogenannten Keilmesser und Faustkeile geliefert hat, die wir aus dem Mittelpolitikum aus der Zeit des Neandertalers kennen. 2019 und 20 sind nun die Kollegen aus Leipzig, heute Erlangen und Tübingen und Lüneburg, Brigitte Urban, Marcel Weiß, Michael Heino, Tobias Lauer sind zu diesem Fundplatz zurückgekehrt, haben dort neue Grabungen initiiert und haben in sehr vorbildlicher Weise dort die gesamte Stratigraphie untersucht, die Pollen analysiert, neue Datierungen durchgeführt, um zu klären, wie alt dieser Fundplatz ist, Keilmessergruppen Neandertaler, wussten wir schon, aber wo gehört er genau hinein? Der Kollege Hain hat zunächst einmal eine sehr schöne Rekonstruktion der Topografie vorgenommen und wenn Sie das alles nachlesen wollen, so können Sie das intern im Internet finden, in der Zeitschrift Portenil Science Reviews aus diesem Jahr. Sie sehen, hier quasi der Öhring, hier ein Ausschnitt am Rande des Öhrings, dort liegt diese Fundstelle und es ist ganz typisch, der Neandertaler suchte solche Randlagen an Seen und Beckenlagen auf, weil dort am Wasser natürlich am ehesten das Wild hinkam und hier sehen Sie die Grabungsflächen, die uns jetzt nicht weiter interessieren wollen. Neben der Rekonstruktion der Landschaft, wie sie damals etwa aussah, konnten die Kollegen in einer wunderbaren Weise durch systematische Datierung auch das Alter der Fundschichten klären. Was Ihnen so ein bisschen wie Schnee vor den Augen erscheint, versuche ich Ihnen knapp zu erläutern. Rechts, das ist die letzte Warmzeit vor etwa 125.000 Jahren und hier haben Sie so etwas wie eine Klimakurve, die immer, wenn sie rechts ausschlägt, mildere Verhältnisse anzeigt und wenn sie nach links ausschält, besonders kalt. Hier ist die heutige Zeit, das Holocene, die heutige Warmzeit und Sie sehen, das ist die letzte Eiszeit und Sie sehen, wie häufig wir Schwankungen hatten zwischen milderen Verhältnissen und echt kalten Zeiten. Hier war eine erste Zeit, die wir als erstes Kältemaximum bezeichnen und dort ist das zweite Kältemaximum, wo vor etwa 24.000 Jahren die Gletscher bis nach Hamburg reichten. Die Kollegen haben nun durch systematische Datierung zwei Fundschichten gut einordnen können. Ich erspare Ihnen die Details. Das mittlere Alter ist hier wieder gegeben, einmal so um die 90.000 und einmal so um die 70.000 und das bedeutet, wir können erstmals an einer niedersächsischen Fundstelle des Neandertalers genauer die zeitliche Einordnung vornehmen und damit auch verstehen, ob der Neandertal wirklich in kalten Zeiten hier war und schauen Sie, die erste Fundschicht fällt in einen relativ wilden Abschnitt, während die obere Fundschicht hier, die scheint unmittelbar vor dem kältesten Abschnitt des ersten Teils der letzten Eiszeit hinein zu datieren. Wir machen also große Fortschritte, was die Datierung der Fundschichten und der Lagerplätze des Neandertalers angeht und so lernen wir etwas darüber, wie anpassungsfähig der Neandertaler war. Erste Zwischenergebnisse also, er war anpassungsfähiger als wir gedacht haben, denn eigentlich haben wir immer gedacht, der war nur in den wirklich milden Phasen hier. So hier, schauen Sie, da war es schön, über Jahrtausende relativ mild, der Neandertaler lebte nicht in den kältesten Abschnitten, hier haben wir immer gedacht und nun sehen wir, er lebte in milderen Abschnitten und er lebte auch offensichtlich in solchen Zeiten im Norden, in denen wir eigentlich gedacht haben, da hat er sich in südliche Gebiete verabschiedet. Meine Damen und Herren, von dem Hintergrund ist es mir eine große Freude, dass wir vor kurzem die Nachricht erhalten haben, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur uns Mittel zur Verfügung stellen wird, die es uns erlauben werden, in den nächsten drei Jahren Forschungen zum Klimawandel und zum frühen Menschen im Norden zu untersuchen, vorzunehmen. Wir sind eine ganze Arbeitsgruppe aus Niedersachsen mit Kooperationspartnern, Lüneburg ist dabei, Hannover ist natürlich dabei, Göttingen ist dabei, also wir sind eine große Gruppe, interdisziplinär angelegt und wir wollen unter anderem klären, wie alt sind denn Salzgitter, Lebensstädte und andere Fundplätze konkret, wie ist der klimatische Kontext und wann waren frühen Menschen überhaupt im Norden, denn nirgendwo anders können sie so gut quasi die Grenzen der Habitate untersuchen wie hier, denn ist doch klar, im Norden macht es sich als erstes bemerkbar, wenn die Lebensverhältnisse schwieriger wurden und hat sich dann der Neandertaler zurückgezogen oder nicht. Wie haben sich diese Menschen kulturell angepasst? Um was können wir über den natürlichen Klimawandel durch die Untersuchung vergangener Zeiten lernen? Das wird die Agenda sein und dazu sollen modernste Methoden eingesetzt werden. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht von meiner Kollegin, Frau Prof. Dr. Antje Schwalb von der TU Braunschweig, die mit einem Projekt mit unter anderem Mikrofossilien versucht, in Schöningen den Klimawandel und die Sehentwicklung vor 300.000 Jahren zu untersuchen. Schauen Sie, das ist unten rechts zum Beispiel eine Zuckmückenlarve. Zuckmückenlarven, Sie ahnen schon, die Plagegeister, die wir in jedem Sommer erleben, sind es, die uns ermöglichen, etwas über die Julitemperatur zu verstehen. Das heißt, Mückenlarven fühlen sich sauwohl, wenn die Julitemperaturen ein Mindestmaß erreichen und dann, kennen Sie das alle, plötzlich sind Sie da. Das heißt, Sie kommen sehr, sehr gut voran, um hier die entsprechenden Temperaturen des Sommers zu rekonstruieren. Hinzu kommen andere Mikrofossilien, die Ihnen erlauben, die Wasserqualität und Ähnliches zu untersuchen. Wir wollen also neben den traditionellen Methoden auch neue Methoden einsetzen. Ein weiteres kleines Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, ist von einem Kollegen aus Mainz, der Kollege Frank Sirocco und er hat hier zum Beispiel einmal aus Ablauerungen der letzten 60.000 Jahre, hat er die Käferreste zusammengestellt. Hier sind die letzten 6.000 Jahre, dann ist die Zeit von 6.000 bis 10.000 und so geht es eben durch die Zeiten bis etwa 60.000 und Sie können zum Beispiel sehen, hier war ein borealer Nadelwald, hier war eine sozusagen arktische Tundra und da auch Tundra, Steppe, Nadelwald, also es gelingt mit solchen Käfern sehr gut, die lokalen Klimaverhältnisse zu rekonstruieren, die Landschaft zu rekonstruieren und wir erreichen damit eine neue Qualität der Landschaftsrekonstruktion und das wird Ziel dieses Projektes sein. Aber natürlich sind wir Menschen, die uns auch für den Menschen selbst und seine Fähigkeiten interessieren, denn es ist ein großes Thema in der Forschung der Neandertaler und seine kognitiven Fähigkeiten. Was sind kognitive Fähigkeiten? Da braucht man nur bei Wikipedia nachschauen, bekommt so ein paar Stichworte, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Erinnerung und Lernen, Kreativität, Planung, Orientierung, Argumentation und Selbstreflexionen. Das sind Wille und Glaube, das sind Elemente und wie die Rekonstruktion aus unserem Forschungsmuseum in Schöning ihnen nahe legen soll. Der Neandertaler hat sich schon für seine erlegten Tiere interessieren und hat darüber nachgedacht, inwieweit er diesen etwas, ich sage jetzt mal, schuldig ist. Das mag vielleicht ein solches Bild Ihnen vermitteln. Wir interessieren uns viel konkreter dafür, was steckt denn in einem Faustkeil, was steckt in einem Holzgerät wie diesem etwa 78 Zentimeter langen Stück von Schöningen, etwa 300.000 Jahre alt, an dessen Enden jeweils eine Spitze zugerichtet wurde, eine ganz klare Holzwaffe. Wir brauchen Erinnerung und Lernen, wir brauchen Problemlösen, wir brauchen Vorstellungskraft und Planung und Orientierung sind erforderlich, um solche Dinge herzustellen. Dazu werden Schritt für Schritt die jeweiligen notwendigen Aktivitäten zerlegt und dann kann man sehen, bei der Waffe fängt es damit an, ich muss ein Holz, das geeignet ist, auswählen, ich muss mir vorstellen, wie ich da eine solche Waffe dran sozusagen herstellen kann, ich muss wissen, wie ich die Spitze anlege, damit sie auch schön hart ist, ich muss wissen, welches Holz ist denn hart und welches ist weich. Es steckt also eine Menge an Wissen und Erfahrung und eben auch Planungstiefe, wie wir das nennen, in der Herstellung solcher Objekte und das gilt für den Faustkeil wie die Holzwaffe. Das heißt, Neandertaler können wir beurteilen mit ihrer Fähigkeit und zwar sowohl in technischer Hinsicht, ein Beispiel, eine Blattspitze aus Saarstedt, aus einer Kiesgrube, die nur durch verschiedene Arbeitsschritte hergestellt werden konnte und ein anderes Beispiel zeigt Ihnen hier einen Abschlag von der Küste in den Niederlanden. Dort bei Sunmotor wurde ein Flintabschlag mit einer großen Klebemasse gefunden und das ist eindeutig Birkenteer. Das Ganze datiert in die Zeit von 50.000 Jahren. Das heißt, der Neandertaler hat regelhaft solche Klebemasse hergestellt, um seine Geräte zu schäften oder eben Dinge in irgendeiner Form nutzbar zu machen, die ihm sonst die Hände zerschnitten hätten. Das heißt, Neandertaler hatten ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die sich in Steingeräten, aber auch wie wir lernten, Knochengeräten sowie auch in Klebemasse ausdrücken. Darüber hinaus wissen wir seit 100 Jahren, dass Neandertaler auch ihre Toten bereits bestattet haben. Das heißt, Glauben ist auf jeden Fall in einer gewissen Weise, in der man davon ausgehen kann, dass Tote bestattet werden mit einer gewissen Würdigung der Verstorbenen und einem Glauben an ein Leben nach dem Tod oder ähnliches, das auch in dieser Hinsicht der Neandertaler bestimmt schon mehr Fähigkeiten und mehr Kreativität und mehr Glaube hatte, als viele gedacht haben. Die Königsklasse der Kognition ist aber für viele das Thema Kunst. Das Thema Kunst in diesem Sinne, wie ich es hier benutze, ist als sehr allgemeiner Begriff zu verstehen, denn es lässt sich wie immer darüber streiten, was ist Kunst. Ich fasse das einmal in seiner völligen Breite, wenn Sie so wollen, von einem Bräugel, dem Älteren bis zu Georg Baselitz mit seinen tollen Bildern. Kunst steht für Kreativität, Vorstellungskraft und es steht für eine Reflexion des Lebens, Identität, Glauben. Es ist also der Inbegriff einer gewissen, ich sag mal, unabhängigen Denken und einer neuen Ebene von Kognition. Um diesem Thema sich noch etwas konkreter zu nähern, möchte ich Sie nun noch zur Einhornhöhle führen, wo wir seit einigen Jahren aktiv sind und zwar in Kooperation mit der Gesellschaft Unikorno Fossile e.V. Dort im Vorharzland bei Schatzfeld, nicht weit von Osterode, hat 1985 Dr. Ralf Nielbock einige Artefakte in einem Seitengang entdeckt und diese Funde haben ihn veranlasst zu sagen, der Neandertaler muss in der Höhle gewesen sein. Hier einige Beispiele und rechts unten der klassische Blick in die blaue Grotte, eine fantastische Höhle und um Ihnen das Ganze etwas zu verorten, sehen Sie hier den Höhlenplan, wer schon mal dort war, hier kommen Sie durch den modernen Stollen in die Höhle, hier ist der Deckeneinbruch ganz am Ende der Höhle und hier in diesem Gang, dem sogenannten Jakob-Friesen-Gang, hatte bereits der Altmeister der Urgeschichtsforschung, Janot Jakob Friesen, versucht, Spuren des Neandertalers zu entdecken, aber seine Arbeiter waren wohl etwas zu hastig und haben die wichtigen Dinge übersehen und genau hier an dieser Stelle hat Dr. Ralf Nielbock 1985 die ersten Funde entdeckt. Es haben dann auch Grabungen durch die Universität Tübingen und durch Stefan Pfeil stattgefunden in diesem Gang und man hat einige spannende Beobachtungen gemacht, aber so, ich darf mal sagen, der rechte Durchbruch ist damals nicht gelungen. Hier also das Bild am Eingang, wie es sich heute darstellt und hier haben wir dann noch den ehemaligen Höhlenzugang zu erwähnen, denn bereits durch Bohrungen lag der Verdacht nahe, dass hier der ehemalige Eingangsbereich zu der Höhle lag, das heißt der Zugang durch diesen Gang erfolgte und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben die letzten Jahre hier in der Höhle gegraben, Sie sehen, der Höhlengang führt hier und dann haben Sie hier den verschütteten Eingang und wir haben einerseits an dieser Stelle gegraben unter recht schwierigen Bedingungen. Sie sehen zum Beispiel hier meinen Kollegen Dr. Dirk Leder, der maßgeblich für diese Arbeiten verantwortlich war und von ihm stammt auch der ein oder andere Plan und hier sehen Sie ihn vor der immensen Stratigraphie im Höhlengang über zwei Meter hoch. Die gesamten letzten 100.000 Jahre und mehr sind dort aufgeschlossen und immer wieder kommen in den Schichten Funde vor. Mindestens ebenso spannend war aber nun die Freilegung des Höhleneingangs, dem wir seit längerem avisiert hatten. Er war nur stark verfüllt, wie Sie hier sehen können, mein Kollege Andreas Kutula und Jens Lehmann im Jahre 2017, als wir versuchten hier den ehemaligen Eingangsbereich freizulegen, ein großes Unterfangen, denn zunächst musste ein riesen Baum entfernt werden und es musste viel Erdreich abgetragen werden. Wenn ich ehrlich bin, die ersten beiden Jahre waren die Ergebnisse überschaubar in diesem Bereich. Frau Lüdemann, Sie erinnern sich und wir waren uns nicht sicher, ob wir wirklich hier auf Schichten aus der Zeit des Neandertalers treffen würden, denn Sie sehen, wir waren schon mächtig in die Tiefe vorgerückt. Aber dann haben wir uns entschlossen, es noch einmal zu versuchen im Jahre 2019-20 mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Vielen Dank an dieser Stelle. Mit einem ProNiedersachsen-Projekt konnten wir nämlich dann das, was sich hier schon bereits abzeichnet, Sie sehen es hier, so etwas wie eine Wange eines ehemaligen Höhlenzugangs, hier nun weiter freigelegt, die rechte Wange und die linke Wange und Sie sehen sehr deutlich, das Dach ist eingestürzt. Das erklärt auch, warum hier so viel Sediment liegt, da hat sich so eine Art Schuttkegel gebildet. Wenn Sie etwas näher hinschauen, dann sehen Sie hier unsere Grabungsflächen zum Teil schon hier unter der Schräge und wir sind zur Zeit des Neandertalers in der Tat schon im Höhlen-Eingangsbereich. Wir zoomen etwas näher heran und da zeigte sich Knochen, Kalkplatten, weitere Knochen und auch hier größere Knochen und wir waren ganz verzückt nach dieser vielen großen, mühseligen Arbeit, wo wir ja Kubikmeter Erdreich entfernt hatten, waren wir endlich am Ziel und es zeigten sich, dass hier diese Knochen eindeutig auf Jagdbeuterreste zurückgehen. Mein Kollege, junger Kollege Gabriele Russo aus Tübingen hat nämlich hier auf einem Knochen des Wiesent hat er Schnittspuren entdeckt und das Gleiche gilt für diesen Rothirschknochen. Sie sehen, das sind eindeutige Schnittspuren, mit denen Sie Fleisch vom Knochen gewinnen. Der Mensch war da, nur wer war da und wann war er da und warum war er da? Wir haben weitergearbeitet und siehe da, dann zeigte sich gerade einen Meter weiter das hier, ein gewaltiger Höhlenbärenschädel. Wir wissen, Höhlenbären haben in dieser Zeit die Höhle aufgesucht und sind hier offensichtlich noch in dieser Zeit in die Höhle hinein gekommen und wir wussten damit, der Höhlenbär ist vor etwa 24.000 Jahren ausgestorben und somit wussten wir, wir müssen mindestens 24.000 Jahre vor heute unterwegs sein. Und dann kam dieser Knochen. Ich erinnere mich sehr genau, als mein Kollege Dirk Leder und ich uns diesen Knochen näher angeschaut haben und wir haben gesagt, mein Gott, der ist aber merkwürdig, der zeigt aber merkwürdige Schlachtspuren. Und Sie erahnen schon, irgendwas ist da auf der Oberfläche, das sah merkwürdig aus. Und nach erster Einschätzung dachte ich, naja, das ist so regelmäßig ausgeführt. Vielleicht haben wir hier eine Schicht des modernen Menschen, der so ein Muster darauf eingeritzt hat. Und wir haben aber zunächst die Aufgabe gehabt, dass wir den Knochen erst mal bestimmen. Sie sehen, er hat so eine Größe von etwa fünf, sechs Zentimetern und ist damit wirklich eigentlich relativ kompakt. Und Gabriele Russi, hier sehen Sie ihn, wir sind zum Museum Hildesheim gefahren. Dort steht ein Skelett des Riesenhirsches, Megalotzerus Giganteus. Und hier konnte er an einem originalen Skelett, konnte er den Vergleich durchführen. Eindeutig eine Verlange, also ein Fußknochen eines solchen Riesenhirsches. Damit waren wir einen Schritt weiter. Der Riesenhirsch hatte eine gewaltige Geweihspannweite von über drei Metern und wird eines der größten eindrucksvollsten Tiere dieser Zeit gewesen sein. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass wir mit einem solchen Geweih in einem dichten Wald wohl wenig Aussichten zum Überleben haben. Es muss also größere offene Landschaftsanteile gegeben haben. Neben also Rothirsch und Wiesent hatten wir also nun ein weiteres Tier, was in dieser Zeit offensichtlich auf offene Landschaftsanteile hinweist. Dann haben wir uns dieses Knochens näher angenommen. Bei guter Ausleuchtung sieht man eindeutig, dass hier ein Muster vorliegt. Und ich zeige Ihnen gleich einen CT-Scan, auf dem Sie das näher sehen können. Sie haben es mit drei eingeritzten Winkeln zu tun auf der linken und entsprechend drei entsprechenden Winkeln auf der rechten Seite. Rot hervorgeheben die Anordnung dieser Winkel. Und es ergibt sich so eine Art Pfeilmuster, aber nicht ganz regelmäßig. Aber kein Zweifel, die Abstände sind ähnlich, die Winkel sind sehr ähnlich und sie sind bis zu 2,7 Millimeter in die Oberfläche des Knochens eingearbeitet. Und das bekommen Sie nur hin, wenn Sie länger an solch einer Knochenoberfläche schaben. Das heißt, das entsteht nicht durch einmal einen zufälligen Schlag. Das schaffen Sie nicht. Und ganz nebenbei haben wir dann noch an der Basis vier kurze Einschnitte. Das war uns klar. Das ist ein bewusst angelegtes Muster an diesem Knochen und wir waren uns ziemlich sicher, das hat eine besondere Bedeutung. Doch wie alt ist dieses Stück? Sie sehen hier das Profil, die Felswand rechts und hier dieses Konglomerat an Knochen. Und zwischen diesen Knochen unser besonderer Fund. Hier ist das im Plan in der Aufsicht von oben. Die Knochen liegen hier und unmittelbar daneben dieser Fußknochen mit seinen Kerben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Dirk Leder und ich und unsere Kollegen wir diskutiert haben. Wie alt kann der sein? Ein solch kleiner Fund, den können Sie ja nicht einfach nehmen und datieren. Denn Sie brauchen ja Material und so ein verziertes Stück wollen Sie ja nicht beproben. Sie haben ein frühes Schmuckstück aus Niedersachsen, möglicherweise das älteste Schmuckstück Niedersachsen und das erste, was Ihnen einfällt, ist ein Loch reinzubohren. Ich bitte Sie. Deswegen haben wir gesagt, lasst uns erstmal Holzkohlen nehmen. Und hier wird vielleicht deutlich, warum jede Holzkohle, und sei sie noch so klein und auf den ersten Blick unbedeutend, wird einzeln eingemessen, damit wir genau wissen, wo sie herkommt. Diese schwarzen Punkte zeigen Ihnen die Position verschiedener Holzkohlen an. Die haben wir datiert und es kam ein Alter von über 47.000 Jahre aus. Wir waren ehrlich gesagt sprach- und ratlos. Kann das sein? Da muss doch was schiefgegangen sein. Dann haben wir weitere Datierungen vorgenommen und schließlich haben wir uns auch entschlossen, den Knochen selbst zu datieren. Wir sind extra nach Kiel gefahren, haben einen Kollegen gebeten, den Dr. Hüls. Er möge eine Probe entnehmen und mit größter Sorgfalt die Datierung vorzunehmen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie überrascht und geplättet ich war, als das Ergebnis mit einer E-Mail kam. Ja, der Knochen ist über 47.000 Jahre alt und damit gehört er eindeutig in Mitteleuropa in die Zeit des Neandertalers. Denn vor 47.000 Jahren war zumindest in Mitteleuropa, ist kein einziger moderner Mensch nachgewiesen, Klammer auf, wie zuvor dargelegt, war bereits möglicherweise vor 54.000 im Süden, vor 54.000 Jahren im Süden Frankreichs ein erster Besuch von modernen, von modernen Menschen in Europa anzutreffen. Für Mitteleuropa und insbesondere Niedersachsen kennen wir ausschließlich Neandertaler zeitliche Funde aus dieser Zeit. Und somit war klar, der Neandertaler hat uns diesen Knochen hinterlassen und eine Botschaft auf den Weg gegeben, die es nun zu entschlüsseln gilt. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne, sondern wir wollen verstehen, in welchem Zusammenhang gehört ein solcher Fund. Und da fällt auf, dass zum Beispiel der italienische Kollege Marco Perezani aus der Grotta di Fumane hier östlich des Gardasees, er auch zum Beispiel in Schichten des späten Neandertalers, dass er dort auch zum Beispiel Vogelknochen mit Schnittspuren entdeckt hat, die darauf hindeuten, dass man Federn gewonnen hat. Der Neandertaler sich also mit Federn geschmückt hat. Ferner gibt es aus diesen Schichten auch fossile Mollusken, die zeigen, dass der Neandertal wohl doch schon gelegentlich solche Schmuck und solche Schmuckobjekte nutzte. Und natürlich hat er auch Ocker genutzt, der aus über 100 Kilometer Entfernung in diesem Fall stammt. Wir stehen also nicht ganz allein mit unserem Fund aus der Einhornhöhle, sondern das Ganze ergibt zunehmend ein Bild, das ich Ihnen hier zum Abschluss noch erläutern möchte. Links AMM, der anatomisch moderne Mensch, rechts der Neandertaler. Hier sind wir bei 120.000, hier bei 40.000 Jahren und hier sind wir bei 10.000 Jahren. Und da fällt auf, dass der Neandertaler eben schon vor über 100.000 Jahren offensichtlich solche Vogelkrallen genutzt hat, Federn sich geholt hat, indem er aus Vogelresten eben die Federn extrahiert hat. Wir haben vermutlich sogar schon mit roter Farbe angefertigte Malereien in spanischen Höhlen, die so ein Alter von etwa 60.000 Jahren haben. Und sehen Sie hier, auch entsprechend unser Knochen ordnet sich da ein. Und zwar noch Jahrtausende, bevor der Neandertaler ausgestorben ist. Und damit eindeutig kann er diese Fähigkeiten nicht vom modernen Menschen sich abgeguckt haben. Parallel dazu sehen wir auch beim anatomisch modernen Menschen, dass er bereits vor über 100.000 Jahren solche Molusken als Schmuck nutzte. Dann aus der berühmten Höhle Blombos in Südafrika gibt es mit einem Alter von etwa 90.000 Jahren gibt es solche verzierte Ockerstücke mit einer Kreuzschraffur. Dann gibt es weitere Objekte, die darauf hindeuten, dass man eben schon vor über 60, 70, 80.000 Jahren Schmuck nutzte in Afrika und im vorderen Orient, sodass der anatomisch moderne Mensch eine Entwicklung in dieser Hinsicht genommen hat. Und parallel dazu unabhängig auch der moderne Mensch. Deswegen lautet die Schlussfolgerung nach unserem heutigen Verständnis, bis zu ihrem Aussterben vor ca. 40.000 Jahren hatten Neandertaler einen dem frühen modernen Menschen vergleichbares symbolisches Verhalten und nutzte dafür unterschiedliche Materialien. Neandertaler haben also ein abstraktes Denkvermögen und kommunizierten vermutlich mit Schmuck und Symbolen und Zeichen. Unser Knochen aus Niedersachsen verrät uns zwar nicht, was genau der Inhalt war, aber es wird deutlich, dass er sicherlich eine gewisse Bedeutung hatten. Fassen wir das Ganze zusammen. So sehen wir, dass Georg Baselitz vor einigen Jahren, also vor 30 Jahren, seine Bilder entsprechend gezeigt hat und gemalt hat. Gehen wir davon, 18.000 Jahre zurück, sind wir etwa in der Höhle von Lascaux. Gehen wir weitere 18.000 Jahre zurück, sehen wir die ältesten figürlichen Elfenbeinstatuetten aus den Höhlen der Schwäbischen Alp, der berühmte Löwenmensch aus dem Hohlenstein-Stadel. Und von dem gehen wir noch mal 18.000 Jahre zurück und dann sind wir in der Einhornhöhle mit unserem Stück, sodass man vielleicht versteht, welche große zeitliche Tiefe in der Kunst des frühen Menschen steckt. Wir haben uns natürlich gefreut, dass unsere Sichtweise auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitreichend geteilt wird. Und wir haben uns noch mehr gefreut, dass wir eben durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur aufgrund unserer systematischen und sehr vielversprechenden Forschung nun gefördert werden für die nächsten drei Jahre. Und ich hoffe, wir können Ihnen bald noch weitere spannende Ergebnisse präsentieren. Vielen Dank. Applaus